Ich war ein ganz normaler Typ, genau wie ihr. Ich saß vorm Rechner, surfte durchs Internet und mir war scheißen langweilig. Doch dann kam ich auf irgendeine Seite, klickte wie wild und mein Rechner explodierte. Seitdem bin ich gefangen in Minecraft und ich versuche wieder rauszukommen. Dabei habe ich eine Möglichkeit entdeckt, wie ich mit der Außenwelt kommunizieren kann, nämlich über YouTube. Eure Kommentare und eure Hinweise können vielleicht dazu beitragen, dass ich irgendwann wieder zu Hause bin. Doch bis dahin bin ich gefangen in Minecraft. Ich möchte erst mal auf eure Kommentare eingehen und zwar Computer, Windows, letzte Kommentare. Und zwar hat der Toastbrot geschrieben, es ist das Jahr 2013 und Silvester und nicht das Jahr 1995. Hey, das war nur wegen dem Song, weißt du? Und außerdem habe ich dann auch umgeswitcht auf 1996. Also bitte. Aber danke, dass es das Jahr 2013 ist von Silvester. Das heißt, heute ist Neujahr, also hallo, ihr Lieben. Sir Watson hat noch geschrieben, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, nur so nebenbei. Ich nämlich nicht. Ich habe hier in diesem Kämmerchen, habe ich gewartet auf eure Nachrichten und war ganz alleine und traurig. Sir Watson hat geschrieben, nun ja, du wolltest wissen, was in der Außenwelt so abgeht. Also, Schumi liegt gerade am Sterben, pass, mehr großartige Sachen laufen gerade nicht. Ach ja, wenn es geht, stell die Aufnahme mal ein wenig heller, ist ein wenig dunkel. Ja, ich hoffe, dass mit meiner mentalen Fähigkeit das jetzt funktioniert hat, dass das hier ein bisschen heller ist für euch. Das tut mir leid, das kriege ich ja selber so nicht mit. Ich weiß ja nicht, wie die Videos dann aussehen. Ich bin ja hier gestrandet. Und dann hat Sir Watson noch geschrieben, ach ja, und kannst das Dorf, ne, ach ja, und du kannst das Dorf Kante Blockstone nennen. Wahrscheinlich wollte er zweimal, kannst du schreiben. Also, das Dorf Blockstone ist der erste Vorschlag. Und Opa Ceron hat geschrieben, Glück auf, du Verschollener. Dass du gleich auf ein Dorf gestoßen bist, ist wirklich ein Glücksgriff, das stimmt. Damit hast du jetzt aber auch eine große Verantwortung auf dich genommen. Du musst dir unbedingt ein Bett bauen und in den Nächten schlafen, denn sonst hast du dir sehr schnell eine Geisterstadt. Das Dorf würde ich übrigens Glücksgriff nennen, denn genau das ist es ja für dich. Das finde ich auch süß, Glücksgriff. Dann machen wir mal folgendes. Oh Gott, hoffentlich weiß ich noch, wie das geht. Ich weiß gerade nicht, braucht man das so, dass man davon zwei hat und hier die Stahlger hier so und dann so. Ne, so hat man kein Schild. Scheiße, wie hat man denn ein Schild? Oder einfach nur einen Block oben drüber? Ne, auch nicht. Hm. So was oben drüber? Nein. Ich weiß gerade nicht, wie man ein Schild macht. Liebe Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie man ein Schild macht. Oh Gott, was war das? Was war das? Sage mal. Was ist hier los? Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Oh, komm her, du. Du Spaten. Alter, komm her. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mein Haus ist definitiv noch nicht sicher. Und genauso wie der liebe Opa Ceron das geschrieben hat, werde ich mich jetzt darum kümmern, dass ich erstmal jetzt ein Bett zustande kriege. Das heißt halt auch, dass ich eine Schere und alles habe. Und dafür muss ich ja irgendwie Eisenerz kriegen. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz haben wir hier. Und Kohle haben wir hier. So, läuft. Gut, da haben wir Eisenerz. Eisenerz brauche ich deswegen, weil ich brauche ja eine Schere. Eine Schere, das hatte mir ja in dem Video zuvor, oh Gott, war das auch der Herr Toastbrot. Tut mir leid, wenn ich das jetzt durcheinander bringe, aber ich glaube, das war der Herr Toastbrot. Der hatte mir, äh, glaube ich, geschrieben... Oh, hier, der Spieler, das haben wir. Lass meine Leute in Ruhe. Ähm. Jedenfalls, der hatte mir ja geschrieben, ich solle doch... Ich brauche zweimal Eisen. Ich glaube, so war das. So. Und dann brauche ich auch Schäfchen, ne? Warte und... Wir haben jetzt zwar 2014, aber ich wollte jetzt noch nicht Neujahr feiern. Oh, oh, oh. Okay, komm her. Hier ist auch schon wieder so ein Graben. Prost, Neujahr! Hey! Was hat er denn da verloren? Okay. So. Aber ich will ja in meinem Haus erstmal weiterkommen. Also mein Haus und Wolle, das ist jetzt heute hier Tacheles. Und, ähm, da ich noch kein Bett habe, muss ich halt auch in der Nacht arbeiten, ne? Das ist Nachtschicht, das gibt Zuschläge, das ist schon nicht verkehrt. Und, ach Mensch, ich wollte ja unbedingt nochmal was ausprobieren, fällt mir gerade ein. Ich wollte unbedingt was ausprobieren. Vielleicht könnt ihr ja da auch ein bisschen was machen. Ich habe eine relativ große Festplatte, natürlich nur mit legal gekaufter Musik. Und ich wollte jetzt mal ausprobieren, äh, VLC-Player starten. Ah, es geht leider nicht. Da muss ich wahrscheinlich erst wieder ins Windows. Ach, da sind wir ja im Windows. Windows aus. Hier ist nämlich gerade nicht gut. Ich muss jetzt gerade erstmal mich irgendwo in Sicherheit bringen vor den ganzen Viechern. Kann ich mich darum kümmern. Oh. So. Stellen wir uns mal hier in die Ecke. So. Nochmal. Windows. Und jetzt bitte VLC starten. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Hm. Nochmal. Windows. Ah. Cool. VLC starten. Ah. Und ich habe da noch meine letzte Broilerszette drin. Und ich glaube, damit lässt es sich ganz gut spielen im Hintergrund. Aber cool wäre auf jeden Fall von euch, wenn ihr Musikwünsche habt, dann sagt mir das mal. Alter, ihr wohnt mit Creepern zusammen. Seid ihr bescheuert? Oh Gott. Das meinte Opa Ceron mit der Geisterstadt. Oh Mann, oh Mann. So. Also ich brauche Sand für Glas. Und ich brauche Stein für den Fußboden. Und ich brauche Holz. Ich hör's jetzt mal. Nehmen wir hier die Schaufel. Ah. So. Nehmen wir hier mal Sand weg. Ja, hier wäre jetzt ein Creeper gut, wenn ich den jetzt rauslocken könnte. Der könnte mir das alles wegsprengen. So. Sand, 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 Sand. Und ich habe sogar mal bei einem der Freunde von Opa Ceron, habe ich die Möglichkeit gesehen, wie man Sand abbauen kann. Jetzt sagt bloß, ich habe keine Schaufel mehr. Na doch, nur eine Holzschaufel. Aber unter Wasser macht das nicht so viel Sinn, merke ich gerade. Ja. So. Komm her, hier. Oh. Sauerstoff, Sauerstoff. Oh Gott. Ich vergesse das alles. Mann, Mann, Mann. Das tat aber gerade weh. Meine Güte. Meine Lunge fühlt sich aber auch scheiße an. Hm. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier 31 Sand. Naja. Für ein bisschen Glas sollte das schon reichen. Aber ich glaube, ich nehme noch was mit hier. Und ich kann mich dann auch mal um eine Pferdezucht kümmern. Dann kann ich ein bisschen schneller hier durchs Minecraft-Land reiten. Was denkt ihr denn? Was klingt denn für euch besser? Ähm. Na, wie war es denn? Dass das Dorf Glücksgriff heißt? Oder dass das Dorf Blockstone heißt? Möchtet ihr was Multilinguales vielleicht? Vielleicht. Vielleicht auch, äh, Blockstone. Also, ich meine, es heißt ja Blockstone, aber... Ach, ihr wisst, wie ich das meine, oder? Ach, Mensch, hier wollte ich doch gar nicht hin. Mann, bei Block... Ah, ist egal. Der war doof. Ich krach mich trotzdem gerade weg. So. Jetzt haben wir hier Eisenbahn. Das ist gut. Dann machen wir das mal... hier hin. Das kann drinnen bleiben. Und da packen wir jetzt Sand hin. Alles klar läuft. Oh, da ist ja wieder noch einer hier. Ich dachte, wenn die Sonne scheint, dann geht die alle drauf. So, mal was essen. Ich muss mich ja erst mal heilen. Oh, du ahnst es nicht. Guck raus. Guck raus. Hier beim Marktbrunnen. Was soll denn das? Aha. Oh. Was ist denn hier? Gar nichts. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Uh. Ist ja mal geil. Oh, oh. Ich hab ein Problem. Ich komm nicht raus. Na toll. Komm, wo? Oh, oh. Oh. Was mach ich denn hier? Ich muss hier raus. Komm schon. Komm schon. Durch dieses Gehüppel. Oh. Sag mal, was ist denn hier los? Von wo kam denn das gerade? Von wo kam denn das gerade? Wo ist hier noch ein Skelett? Ey, jetzt mal ehrlich. Was war denn das gerade? Ei, 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 ei. Ich hab ja hier Glück. So, ein Glas hab ich auch schon. Das ist schön. So. Wir gehen jetzt erst mal zu mir nach Hause. Ach, Mensch. Was hab ich noch vergessen? Ich muss noch ein bisschen Holz abgrasen, ne? Weil Holz hatte ich, glaub ich, auch nicht mehr so viel. Ach doch, das reicht. Das reicht. Können wir erst mal hier die Wand machen. Ah, aber ich weiß, was ich nicht habe. Und zwar Stein. So. Machen wir auch so ein Zweierfenster, ne? Ja. So. Zack, 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 zack. Also wenn ihr Musikwünsche habt, die ich hier möglicherweise realisieren kann für euch. Weil ich kann natürlich nicht alles realisieren. Weil da ist einfach mein, ne? Die Möglichkeiten sind mir gerade einfach, mir sind die Hände gebunden, sagen wir es mal so. Ne? Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, auf alles x-beliebige im Internet zuzugreifen, mh, das würde vielleicht anders aussehen. Vielleicht wollt ihr aber auch bei dem, was ihr hier seht, etwas ruhigeres hören. Also es ist komplett an euch gerichtet hier diese Frage. Ihr könnt das hier bestimmen. Und gut ist. Weil ich bin ja auf jegliche Hilfe hier angewiesen. Und dann sollt ihr natürlich auch nette musikalische Untermalungen haben. Am besten wäre es natürlich mit GEMA-freiem Kram. Aber, ähm, sind wir mal ehrlich, GEMA-frei hört keiner gern, ne? Aber, wenn das so nett musikalisch im Hintergrund läuft, dann stört das auch keinen so richtig. Das habe ich jetzt so peu a peu im Laufe meiner YouTube, äh, Zeit, habe ich das so langsam mitgekriegt. Auch in GTA, da kann man, kann man die Musik leise im Hintergrund laufen lassen. Manche Videos werden trotzdem ein bisschen gebammt, aber naja. Es geht hier jetzt aber auch nicht um GTA, es geht hier um Minecraft. Ach, verdammt, Mensch, es geht... Dass ich heute nicht so ganz bei der Sache bin, merkt ihr hieran, dass ich nämlich eigentlich doch gerade Stein holen wollte. Meine Güte, ey, ich verhaspe mich hier wie Sau. Und ich brauche auch Erde. Ah. Dann machen wir doch beides zusammen hier unten in diesem tollen Graben, den ich hier, äh, hinter meinem Haus hier entdeckt habe. Aber ich würde jetzt trotzdem total gern wissen, wie man Dings baut. Schilder. Ah, hier geht's runter. Was ist denn das da hinten? Ah, einfach nur so ein Durchgang, aber sieht cool aus. So. Erde noch mitnehmen. Tusch, 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 tusch. Und hier unten bauen wir mal ein bisschen Steine. So. Wir müssen hier alles aus dem Graben rausholen. Ach, Mensch, hier waren doch auch noch... Irgendwo hatte ich doch auch noch Kupfer übergelassen. So. Was ist das? Was ist hier hinter der Wand? Habt ihr das gerade gehört? Das war ja gespenstig. Oh, oh, oh. Und stimmt das, so kann ich mich noch irgendwie dran erinnern, Werkzeuge aus Gold machen keinen Sinn, weil Gold, äh, zu weich ist. Oh, ich hab eine krasse Höhle gefunden. Aber in dieser Höhle werde ich jetzt erstmal nichts hier machen. Das macht ja gar keinen Sinn. So. So. Tschak, 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 tschak. Oh, Mann. Das Ding ist, wenn man hier den ganzen Tag auf eure Kommentare wartet, dann, dann malt man sich auch so ganz merkwürdige Geschichten hier aus. Und man halluziniert auch. Vielleicht war ja eben gerade auch gar nichts. Das Schlimme ist sowieso, dass ich ja die ganze Zeit mit mir selber hier rede und keine wirklichen Antworten erhalte. Und diese komischen Dorfbewohner auch nicht vernünftig mit mir reden. Aber, naja. Bald haben sie ja vielleicht einen Namen. Vielleicht sind es bald die Blockstoner. Oder, äh, die, ähm... Ah, Kupfer. Äh, die Kupfer nicht, die, die, äh, Glücksgriffe. Oder Einwohner von Glücksgriff oder so. Muss man mal überlegen, wie man die dann nennt. Das ist, glaub ich, sehr riskant, was ich hier gerade mache. Sie einfach so wild rein. So, was raun wir denn jetzt mal hier weg? Hier, die weißen Steine, hasse ich. Wer, wer will die schon? So. War jetzt hier alles weg? Ja, hier war alles weg. Boahren wir uns jetzt hier nochmal durch bis zum, 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 zum Ausgang. Wir bauen das aber auch so, wie es die Dorfbewohner hier haben. Also, ich baue jetzt nicht hier vier Steine zusammen, um hier so einen anderen Stein zu kriegen. Es soll ja zum Stadtbild passen. Oder Dorfbild. Es ist ja noch ein Dorfbild. So, hier war noch Kupfer. So, Kupfer, 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 Kupfer. So. Jetzt gucken wir nochmal hier hinten. Da haben wir noch ein bisschen Kohle, Kohle, Kohle. Die nehmen wir auch noch mit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn mir mal jemand gesagt hätte, dass ich mal meine Zeit damit verbringe, wirklich Kohle abzubauen und Bergmann werde. Oh nein. Ah, ich hab noch eine Steinhacke. Äh... Ja, geht, geht. Kann man mal machen hier. Hier ist, aber das ist eine Holzhacke, aber die verballern wir jetzt auch. Hauptsache, das ganze Zeug wird mal aufgebraucht. Und ich muss es nicht spenden. So. Dü, 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 dü. Äh, kennt ihr überhaupt die Band Broilers? Ich glaube, die ist nicht jetzt so bekannt wie zum Beispiel Tote Hosen oder Ärzte. Aber ich finde, es ist eine verdammt gute Band, wenn man einfach mal so ein bisschen auf Punkrock steht und ein bisschen abschalten möchte. Zudem haben sie auch ordentlich Ska-Elemente in ihren Songs. Das mag ich sehr. Und, ähm... Ja, das ist so Mucke zum auch mitgrölen, sag ich mal, ne? Das ist immer ganz nett. Du bist geboren, um zu gewinnen, mein Sohn. So. Das Song habe ich als Dauerklingelton in die Spieluhr von meinem Sohn eingebaut. Ich hoffe, er hört das jetzt. Äh, nein, Quatsch. Der muss seinen eigenen Musikgeschmack finden. Obwohl man ja, glaube ich, sowieso immer ein bisschen geprägt wird durch die Eltern. Aber mein Vater zum Beispiel, der hat, äh, ohne Ende Country-Mucke gehört. Meine Mutter, die war, äh, so Abba-Verfechterin. Und T-Rex, für die unter euch, die ein bisschen älter sind, die kennen das sicher, T-Rex. Abba werden die meisten sowieso kennen, spätestens durch Singstar. Aber echt jetzt T-Rex und, aber so Bonnie Tyler und so ein Kram. Sowas lief bei uns so aus. Und von meinem Vater natürlich hier Johnny Cash, Truckstop, ne? Und, und, äh, Tom Astor, sowas. Für den Fall, dass ihr die Mucke nicht kennt, dann seid ihr sicher cooler aufgewachsen als ich. So. Steinfußboden ist natürlich kalt. Ich hätte gerne Fußbodenheizung. So. Aber unten auch hier lang. Oh Gott, so nah am Abhang bauen. Aber das hat, äh, das hat natürlich was. So. Aber ich habe immer noch keine Schäfchen. Das ist natürlich echt schlecht. Zack, 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 zack. Oh, zack, 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 zapp, 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 zapp. So. Habe ich auch noch dieses Holz, ja. Insbesondere das Holz habe ich auch noch hier. Knochen weg, ey. Wir brauchen Knochen. So. Da geht's ja schon wieder ab. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, da fehlt noch einer. Oh. Verdammt. Nehmen wir das hier. Achso, bei den Broilers finde ich zum Beispiel, oder da ist mir etwas aufgefallen, wenn wir jetzt schon hier bei Musik sind, gerade. Oh, entschuldigt, hier ist es ganz schön kalt nachts, könnt ihr euch vorstellen. Wenn du hier kein richtiges Dach über den Kopf hast, da frierst du dir hier ganz schön die Nudel ab. Was ich sagen wollte bei den Broilers, das ist eine von den wenigen Bands, wo ich sagen muss, die sind live um Längen geiler als auf Platte. Und, ähm, also es gibt ja viele Bands, die hörst du auf CD und denkst so, oh, ist geil, dann hörst du die live und die sind richtig Grotte. Ähm, damals als ich jünger war, war auf jeden Fall, äh, kennt ihr noch Crazy Town? Crazy Town mit Butterfly. Komm mal, Leute, komm, komm mal. Ne, kennt ihr. Ähm, die waren live so unglaublich schlecht. Da war ich als, da war ich Teenager, da war ich extrem enttäuscht, wie schlecht die sind live. Und, äh, die waren zum Beispiel auf Plattegei. Also, für uns damals, 2000, 2002, ich weiß gar nicht, wann das war. Ah! Meine Güte, ey, konzentrier dich, Vendetta, hier, du hast, du hast zu arbeiten. Erstmal die Hütte muss fertig werden, hier. Das Schöne ist, ich kann die dann immer erweitern. Jetzt erstmal mach ich das hier so mit diesem Haupteingang und hier wird jetzt gleich geschlossen. Und dann kann ich ja trotzdem nach hinten weiter noch Veranda und so weiter. Obwohl, ich hab ja keinen Bock hier Jahrhunderte zu verbringen. So. Okay, also hier müsste dann eigentlich doch noch einer rüber. Sehe ich das richtig? Zwei dick, zwei dick, dann kommen hier Steinchen runter. So. Oh, das muss ich noch hier unterfüttern. Oh, Mann, 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 pass doch mal auf. Hier, bauen wir hier ein bisschen ab, dann wirkt das auch alles ein bisschen. Obwohl, ne, das ist auch nicht cool, weil da... Brauchen wir hier ab. Brauche ich noch Erde, habe ich wieder nicht aufgepasst. Meine Güte. Und das jetzt mit einer Holzschaufel. Dabei habe ich doch schon Eisen auf Tasche. Aber Eisen brauche ich ja für die Schere. Chak, 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 chak. Jedenfalls, Broilers live, geil. Und viel besser als auf Platte. Und wenn ihr mir nicht glaubt, guckt euch sicher einfach mal ein paar YouTube-Videos an. Von einem Song, der live gespielt wurde. Und derselbe Song dann nochmal als Plattenversion bei YouTube gibt es ganz bestimmt. Ja, hier kriegst du eine Axt in die Fresse. Mann, ich arbeite hier gerade und unterhalte mich. Alter. Alter, was geht denn hier ab? Was sind das für die Schauts? Was ist das da hinten? Was ist das hier? Alter, ich... Was ist das? Ich kenne das Ding hier nicht. Was ist das? Was bist du für ein Vieh? Verpiss dich. Du siehst so hässlich aus. Was ist das? Was war das? Kann mir das mal einer verraten? Ich kenne das nicht. Ey, ihr müsst... Ihr müsst... Oh, ich kann nicht so schnell laufen. Ihr müsst wissen, ich habe ja ewig nicht mehr gespielt. Was ist das? Was passiert hier? Gott, ich muss jetzt schnell unterfüttern. Langsamkeit. Was soll das denn? Blume weg. Licht. Oh, nein. Da kommt jetzt auch noch eine Spinne, oder was? Ich muss jetzt den Laden hier dicht kriegen. Oh, Holz. Wenn das... Oh Gott. Oh Gott. Ich will doch nur mein Haus bauen. Oh, endlich ein Bett. Opa Ceron hat so recht gehabt. Hüp, hüp. 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 Tschüss. So. Warum dein Leben, wenn der... Oh, der nächste. Hau ab, du Stricher. Nein. Ich will den Wachtturm nicht. Nein. Will ich wirklich nicht. Oh mein Gott. Was soll das? Okay, habe ich noch eine Axt? Ich ramme hier gleich eine ins Bein. Ich habe keine Axt mehr. Was, was, was? Was ist das hier? Redstone. Cool. Ich brauche noch was zu essen. Apfel. Okay. Kann ich auch mit irgendwie... Einfach hier Holz kann man auch so abbauen. Ganz schnell. Zack. So. Hüp. Hüp. Hüp, hüp. Alles klar. Ich brauche das jetzt so. Und unterfütter das dann bei Zeit. Warte mal, wenn ich... Oh, Zeit habe. Ich habe keinen Stein mehr. Habe ich zu wenig Steine abgebaut? Alter, Leute. Das geht doch gar nicht hier, was hier los ist. Vendetta, ey. Du brauchst mehr Licht. Du brauchst mehr Licht. Eine da hin. Eine da hin. Eine da hin. Eine da hin. Wie habe ich es da drüben? Ja, hier eine hin. Da eine. Oh, Mann, 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 Mann. Die wollen mich doch verarschen hier. Wollen wir aber genauso, ne? Passt das? Passt, ne? Ne. Zack, 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 zack. Wupp. Ne, hier muss das weg. Ah, ne. Holz oben drüber ist cool. Da kommt... Ähm, den Stein. Verpiss dich. Hau ab. Was habe ich gesagt? Ich will nicht bei euch eintreten. Du sollst abhauen. Ey, komm. Ich baue das jetzt hier dicht. Erstmal mit Holz. Das wird dann unterfüttert hier. Das ist... Das ist ja... Das muss weg. Ne? Nein, das ist falsch. Obwohl... Zwei, zwei. Was habe ich denn jetzt hier verkackt beim Bau? Zwei, zwei. Zwei, zwei. Zwei, zwei. Da kommt Stein runter. Jetzt sehe ich den... Ach, ich deb. Hier ist ein Fehler. So muss das sein mit dem Fenster. Wie war denn das mit Glas? Muss die ganze Scheiße voll sein? Hm. Das weiß ich gerade gar nicht. Versuchen wir erst mal die Schere. Aha. Da ist die Schere. So. Und jetzt bauen wir mir noch ein Schwert. Boah, haben wir die Stecker da. Jetzt bauen wir mir noch ein Schwert. Cool. Du bist kein Schwert. Du bist ein Schwert. Ein richtiges Männerschwert. Angriff sechs. Angriff fünf. Naja. So viel zum Männerschwert. So, hier haben wir eine Axt. Und, äh, toll. Mir fehlt noch Eisen. Hm. Das brenne ich dann gleich mal. Ey, diese ganzen Blumen, ne? Keiner will Blumen. Ich trau mich jetzt gar nicht raus. Aber hier kann ich auch erstmal lang bauen. Cool. Ihr merkt, ich bin, äh, total verplant. Hier klappt gar nichts. Das ist halt, wenn man Nachtarbeit macht, ne? Du bist irgendwie... Du hast den ganzen Tag hast du schon geschuftet. Und dann kriegst du halt nichts mehr so richtig gebacken. Das zimmere ich jetzt hier lang. Das kann ich immer noch wegkacken. Hauptsache, die Hütte ist erstmal dicht. Ha! So. Aber hier würde sich ja dann... Eins, zwei. Eins, zwei. Ne, eigentlich ist das gut so. Eins, zwei. Müsste hier so. Dann hat man ein... Eins, zwei Fenster. Zack. Eins, zwei. Ich kann nicht zählen. Cool. So. Ich muss noch Eisen brennen. Und ich komme auf jeden Fall nicht dazu. Danke. Was war das? Äh, da. Was war das? Was sind das für Geräusche? Ein Enderman. Du kannst da drinnen bleiben, du. Habe ich mich erschreckt. Äh, da. So. Läuft. Dann versuchen wir jetzt nochmal mit dem... Endermans nerven ja tierisch. Das muss ich ja mal sagen. Ah. Ich komme jetzt mal rein. Mikasa ist zu. Fuck. So. Jetzt versuche ich das nochmal mit dem... Mit dem... Äh... Ah. Ah. Sehr geil. Daran erinnere ich mich. Dann noch ein kleines bisschen. So. Und ich hier nochmal... Hallo. Hier lang. Danke. 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 So. So. Stoffe, Vendetta. Was schmeiß man immer weg hier? Ich brauche auf jeden... Ah, Mann. Ich habe doch Kisten. Ich dab. Ah. Ey, Vendetta. Ey. Vorbereitet wie ein... Wie ein Kaktus. Mann. Erstmal hier eine Kiste hin. Zack. So. Kann hier erstmal scheißelos werden. Das kann weg. Das behalte ich noch. Redstone kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Erstmal alles komplett unsortiert. Blumen. Vielleicht will ich sie irgendwann mal anbauen. Mh. 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 Treppe brauche ich auch jetzt hier nicht drin. Das brauche ich nicht drin. Spitzacke wollte ich eigentlich nicht weggeben. Das Holzschwärz... Äh, Schwärz. Das Holzschwärz kann weg. Ähm. So sollte das reichen. Dann bauen wir jetzt hier noch die Fenster ein. So. Zack. 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 Fertig. Erstmal hier ein paar Fenster rein. Eigentlich mag ich ja eine komplette Fensterfront. Ne. Also hier so, dass man einmal hier schön einen Ausblick hat. Aber hier soll ja auch irgendwann noch eine Terrasse hin. Also von daher ist das schon okay. So. Frage ist natürlich, nehme ich auch ein Fenster... ...beziehungsweise halt so ein Dach hier oben lang? Was ist denn, wenn ich das jetzt so hier bauen würde? Das sieht scheiße aus, ne? Oh. Mal gucken. Hm. Ne. Geil ist anders. Hack. Hack. Damit geht's auch nicht schneller. Ich glaub, Glas geht immer gleichermaßen kaputt. So. So ne Kacke. Hat der Vendetta... Ach hier, das kann ich auch noch hier lassen. Kann der Vendetta... ...ähm... ...zu wenig Zeug mit. Wo komm ich denn hier am besten... Oh ja, ist richtig. Ach Mensch, Fleisch könnte ich auch noch bürnen. Oh. Ey, das ist... Das ist das Ding bei Minecraft. Jetzt mal ehrlich. Man nimmt sich immer irgendwelche anderen... Was soll das? Du bleibst da drinnen, Freundchen. Beziehungsweise... Ich mach das jetzt auf und verschwinde. So. Ah. Weg hier. So, dann kann der nämlich auch wieder raus da. Hab ich jetzt... Ja, jetzt hab ich natürlich kein Essen mitgenommen. Weil ich das ja gerade... ...zum Kochen angesetzt habe. Aber ist egal. Wo ist Spidey? Ah, Spidey interessiert mich hier nicht. Ich bräuchte Steine. Ah, Spidey will mich doch interessieren. Eisenschwert. Komm her. Oh, Spidey, du bist ja... ...du bist ja cool unterwegs. Ratzefatze war es weg. So, wir machen jetzt noch die Holzachs kaputt. Und dann brauchen wir nie wieder Holzächste. Außer mal im Notfall. Ne, im Notfall... In der Not frisst der Teufel Kot. So. Hier raus, raus. Zack. So. Und um noch nochmal den Umschwung auf die Kommentare zu kriegen. Der Schumi, ja. Der Schumi ist am Krepieren. Warum ist der Schumi am Krepieren? Was hat der denn schon wieder gemacht? Der fährt doch gar keine Formel 1 mehr. Zack. Ja, es geht natürlich hier mit einer Steinachs auf Stein um Lenk schneller, ne? Aber wir werden hier diesen Graben noch gut abtragen. Das sehe ich schon kommen. Weil die Stadt braucht ja auch irgendwann eine Stadtmauer. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich hier noch verbringen werde. Wenn mich hier keiner rausholt, altert mein Körper dann? Was ist... Was ist denn los? Das sind alles Fragen, die sind noch total ungeklärt. Genau wie auch noch ungeklärt ist, wie ich hier wieder rauskomme. Und ich werde ja jetzt hier nicht einfach sitzen und auf meine Rettung warten, sondern ich werde mich selber retten. Ich werde wie Münchhausen mich an den Haaren herausziehen. Selber. Nur ohne Lüge. Ich mache das einfach selber. So. Zack, 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 zack. So. Jetzt bauen wir hier nochmal bis nach da vorne die Steine weg. Dann sollten wir genug haben für den Hausbau. Wehe nicht, ey. Dann raste ich aus. Na komm, das kommt auch noch schnell weg. Zack, zack, zack. Das ist es ja. Minecraft. Noch ein Stein, Mutti. Noch ein Stein. Dann höre ich auch versprochen, Mutti. Noch ein Stein. Gott sei Dank gibt es hier keinen Mutter-Mod in Minecraft, der jetzt hinter mir steht und mich die ganze Zeit... Na ja, noch ein Stein, Junge. Dann hörst du aber auch wirklich auf. Na ja, Mutter. Dann höre ich wirklich auf. Ja. Und unter mir ein Stuhl. So. Das heißt... Das hier. Richtig? Richtig. Wo ist meine Axt? Bin ich blöd? Ich habe keine Axt mehr. Ach doch, habe ich. So. Steine. Steine. Hierher. Zack, 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 zack. So. Fock, fock, fock. Fast es. Ist das jetzt korrekt hier? Ja. Aber warum sehe ich denn nicht an meinen Kanten, wie ich es hier habe? Sieht man das von außen, dass hier auch Stein innen drin verbaut ist? Ah, ich bin ja schon so ein bisschen autistisch veranlagt, wenn ich da... So was will ich ja schön haben. Ach, hier sind es auch nur eins, eins. Muss man nicht... Ist nur für innen drin für den Look. Aber hier ist doch dann Kacke. Naja, kann man nichts machen. Dann bauen wir das hier kurz mal ab. Das hat ja alles hier nicht so ganz gepasst. Hier hinten. So. Habe ich auch jetzt Erde noch am Start? Erde habe ich auch am Start. So, zack, zack. Das wollen wir doch hier nicht verkommen lassen. Komm her, Junge. So. Also, das heißt, der hier ist definitiv falsch platziert. Das passt nicht zum Look des restlichen Hauses. Da bin ich, wie gesagt, autistisch veranlagt. Das muss schon alles irgendwo passen. Ich habe auch früher schon bei Lego immer alles sehr synchron und so gebaut. Und, äh, wenn ich dann hier schon wohne, dann will ich mich auch wohlfühlen. Ja. So. Aber das sieht ja irgendwie... Irgendwie sieht es kotig aus, muss ich sagen. Wenn das einfach hier so da... Ne? So dahingerotzt ist. Ist hier mit den Kanten irgendwie netter. Ähm. Ist egal. Ich gewöhne mich da dran. Das ist jetzt nur auf den ersten Blick hässlich. Das ist einfach so. So. Jetzt hat man hier eins, zwei. Dann kommt hier... Eins, zwei. Und dann kommt hier wieder... Stein. Hä? Stein? Stein... Kommt... Hier hin. Habe ich mich schon wieder verzählt? Ach, Vendetta, ey. Hast du Mathematik zu Hause gelassen, wa? Zack. So. Aber das passt doch dann nicht. Dann habe ich mich doch allgemein verzählt. Hm. Dann müssen wir nochmal umbauen. Das passt ja nicht. Also ich hau jetzt hier das da hin. Weil hier passt es ja mit eins, zwei. Aber dann ist doch hier schon irgendwo der... Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Alter, Vendetta. Zähl einfach mal, du Hund. So. Dann hier zack. Zack. Ja. Und hier bauen wir dann meine Terrasse nach draußen. Das heißt eigentlich, dass wir das hier weghauen. So. Dann gibt es nämlich zwei Türen. Ach. Zack. 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 Ah, kann ich die da draufsetzen? Nein, das geht nicht, ne? Hallo. So. Hallo. Zweite Tür. So. Na Mensch. Da lässt sich doch arbeiten hier. Ja. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ne? Hier kann ich mir dann auch nochmal einzelne Torbögen reinbauen, etc. Wie ich es gerne hätte. Beziehungsweise hier wird wahrscheinlich mein Schlafzimmer dann irgendwie sein. Wenn ich endlich mal ein Schaf finde. Blödes Schaf. Achso, was ich vielleicht noch machen sollte, wäre natürlich Fenster, weil es zieht, ne? Es zieht. Bis jetzt hat es Gott sei Dank noch nicht geregnet. Hätte ich ganz andere Probleme. Okay, hier ist alles fertig. Frage ist natürlich, ähm, wo kriege ich jetzt ein blödes Schaf her? Also, was heißt blödes Schaf? Ich möchte einfach nur ein Schaf haben. So, was zu fräsen? Äh, essen. Hallo? Essen. Danke. Nochmal essen. Bisschen guter. So. Jetzt die Frage, wo Schaf? Wie finde ich auch wieder zurück nach Hause? Oh, die Sonne geht gleich auch schon wieder unter. Meine Güte, echt. Wo ist der Schaf? Tja, da die Sonne gleich schon wieder untergeht, würde ich schon fast sagen, wir begeben uns morgen auf die Reise nach dem Schaf. Außer, ich finde jetzt nochmal ganz fix. Na toll. Als hätte es noch nie geregnet. Mhh. Läuft doch alles in meine Butze, verdammt. Hab doch noch kein Dach. Alter, da ausgibt es hier viele Tierchen. Die bringe ich alle noch ins Trockene. Hier bekommt alle noch einen Stall, das verspreche ich euch. Seht ihr gleich eine dreckige Pony hier. So, was haben wir denn hier? Körbisse. Körbisse sind immer gut. Ja, es regnet und da sind schon wieder die Gegner. Also ne Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das macht heute keinen Sinn mehr. Aber wenn es regnet, werde ich mich jetzt auch bei dem Pastor zurückziehen. Und es steht immer noch die Frage im Raum, ist es der Pastor von Glücksdorf oder Glücksgriff? Ne? Glücksgriff, nicht Glücksdorf. Das habe ich falsch gemacht. Oder ist es der Pastor von Blockstone? Ich würde sagen, ihr entscheidet das da draußen mal. Schreibt es in die Kommentare. Blockstone, Glücksgriff. Möchtet ihr was Deutsches? Möchtet ihr was Englisches? Natürlich, man könnte es auch kombinieren in Luckystone oder in Glücksstone. Ah, lass mich rein. Alter, da draußen, ne? Da regnet's. So, ihr entscheidet das. Ihr sagt mir Bescheid. Und ich würde einfach sagen, ich hoffe weiterhin auf eure zahlreichen Kommentare. Sagt mir mal, wie ich ein Schild baue. Das brauche ich unbedingt. Und, damit ich vielleicht eine Abstimmungstafel machen kann. Damit ich meinem Dorf ein Eingangsschild machen kann. Damit ich meine Kisten betiteln kann. Ich weiß es nämlich gerade wirklich nicht. Wie baue ich ein Schild? Und, ja. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Für heute. Ich hoffe, ihr vergesst mich nicht. Und wir sehen uns auf jeden Fall die nächsten Tage. Haut rein und bis denne. Und, ey, vergesst mich nicht. Ciao, ciao. Und, ey, vergesst mich.